Guten Tag, neue Idee, noch mehr Ausmilch. Ja. Noch mehr Ausmilch. Noch mehr Ausmilch. Noch mehr Ausmilch. Entschuldigung. Aber sie werden schmeißen. Die rosa Pyramide. Wenn du das Land erkundest, halte Ausschau nach Feuerstein. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jeder liebt Mammuts, aber ich mochte sie nicht mehr, als Gelrod herausfand, dass es sein Totem war. Ich dachte immer, ich müsste besser als Gelrod sein, um etwas zu erreichen. Nach dieser Nacht am Patschanherd wurde mir klar, dass ich mir das alles falsch überlegt hatte. Ich könnte Gelrod niemals darin schlagen, Gelrod zu sein. Ich musste ich selbst sein. Das ist so. Und das ist nicht annähernd so beängstigend, wie ich dachte. Ich liebe es auf Dinge zu hemmen, um mich in einem Rhythmus zu verlieren. Und es stellt sich heraus, dass auch andere die Art, wie ich spiele, mögen. Sogar Gelrod mag es. Ich fange an, es zu lieben, ich zu sein. Und keine Angst zu haben, neue Dinge auszuprobieren. Zum Beispiel zu daten. Willst du unsere Freundschaft auf die nächste Stufe bringen? Das tue ich. Toll. Ich meine, ich bin froh, dass du genauso denkst. Apropos neue Dinge ausprobieren. Ich habe uns ein paar Reiskuchen gebacken. Ah da, hat er recht. Meine Kochkönster sind schrecklich. So, wir haben auch datet. Jetzt probieren wir sie aus, sonst haben wir noch die Loe hier daten. Ich habe gehört, dass Menschen, die im Frühling geboren werden, besonders schön sind. Das lächelt mir ein. Als mein Vater in meinem Alter war, konnte er die Gegend auf eigene Faust. Ich wüsste nicht, warum nicht. Ich habe geträumt, dass ein Wolf uns abendessen geguckt hat. Främisch entsetzt haben, oder? Ja. Wir gehen in den dunklen Dschungel. Wir gehen in den dunklen Dschungel. Wir gehen in den dunklen Dschungel. Keine Mango. Hey. Nehmen wir Mittel für die kommende Saison, alle Prophezeiungen haben sich erfüllt. Zuweisend. Sehr laut. Inventory Brosche des Summons. Nur vollständig verbundene Akzessuaries. Verbindend. Verbindend. Maximal Ausdauer. Erhöht eine Chance mehr Gegenstände beim Sammeln zu erhalten. Das ist der Frühlingstag. Gehen wir noch mal in die Savanne. Gehen wir die Muschel mit? Was hat sie gerne gehabt? Wie steht sie zu Muschel? Ich liebe es. Danke. Ich mache mir Sorgen um meinen Stiefbrüder. Was ist, wenn ihnen etwas zustösst? Nein. Grob und mein Vater waren beste Freunde als sie aufwachsen. Genau wie ich leue und weg. Meine Mutter ist so süß. Sie tut immer extra Knoblauch auf mein Essen, weil sie weiß, wie süd ich ihn mag. Boah ist so gut mit dem Speer. Ich bin sicher, dass Bra bald aufholen wird. Pacha hat ihre eigene Art und Weise. Ich bin dankbar, dass wir Wuak haben, der uns führt. Ich war schon an einigen Orten, die Zelk kennt. Nicht alle seine Geschenken sind übertrieben. Aber ein paar. In dem Fall. Und einen Strauß. Keine. Die sind doch fertig. Ja. Wandel. Und eine Schäge noch die Alraunex. Eine Kaka. du hast alle diese hochschutz geschenkt gegeben ich habe mal von deiner werkzeugstation gehört was für eine nette idee ich habe alle schon zwei geschenke gegeben keine kräuter so gar nicht kann nichts widerstehen zu einem eingängigen rücken zu tanzen so so keine hörner aber viele knochen so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Und die ganze Kacka. Keine Oliven. Hier sind Oliven. Hier hat's Oliven. Hier hat's keine Kräuter. Aber Knochen. Haben sehr viele Knochen gefunden heute. Und schon die Knochen. Nein. Nein. Was hab ich denn da? Nock hat eine neue Idee. Spiel mit Nock. Sicher noch zu Nock. Ja. 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 Lasst eine Pflanze in der Nebensaison für eine letzte Ernte überleben. Ja. Kacka. Ich bin mir nicht mehr, wenn ich den Englisch passen möchte. Ähm, die Tomaten... Ah, den Fisch brauche ich noch verlegt. Seit wir den Gerbehälter gebaut haben, denke ich ununterbrochen darüber nach, welche andere Geschmacksrichtungen wir noch nicht entdeckt haben. Als ich Milch fermentiert habe, habe ich diesen tollen kleinen Quark herausbekommen. Aber wegen des hohen Wassergehalts verdirbt er sehr schnell. Wenn wir das Wasser entfernen könnten, wäre er länger haltbar. Und ich glaube, es würde auch ziemlich gut schmecken. Ich muss nur einen Weg finden, ihn zu trocknen. Irgendwie... Äh... Alle Fälle... Und fünf Fälle... Ich habe nur zwei... Und noch einen Fisch... Ich werde ihn fermentieren... Einen Fisch... Einen Fisch... Ein Fisch... ...und noch zwei... Äh, äh, äh. Ja. So. Äh, äh, äh. Vielleicht haben wir viel gehört zum Scheren. Äh, äh. Wo sehe ich, wie viele Tiere ich in den Stall kriege? Äh, äh. Äh, äh. Äh. Äh, äh. Wiesabohnen, nur Frühling. 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 Mal gucken, was morgen alles kaputt ist. Spannende Musik. Spannende Musik. Spannende Musik. Ja, gute Wachnacht, Bombis.